naja also emotional ist es ja auf jeden fall immer sage ich mal wenn man kunden freude machen kann wenn man halt auch diese wertschätzung entgegen bekommt ja das wirklich die ganze arbeit die man vorher gemacht hat sich wirklich gelohnt hat mein emotionales augenblick bei der kieler volkswagen war definitiv der jahresauftakt da waren alle emotionen auf einmal vorhanden in kürzester zeit und ich stand kurz vor der ohmacht weil es einfach hieß drei minuten redezeit los geht's und das vor einer komplett neuen mannschaft das war sehr sehr emotional mein emotionalster moment war tatsächlich bei meinem 20 jährigen dienst jubiläum im letzten jahr dass meine kolleginnen und kollegen für mich in mein büro wirklich toll hergerichtet haben